...Mädchen. Was hören Sie denn lieber? Mädchen oder Dame? Mädchen. Mädchen. Und Sie? Ja, ich glaube schon Mädchen. Ist das egal. Hauptsache weiblich. Zwei Punkte Mehrheit. Da habe ich mich nicht versehen. Auf jeden Fall heißen Sie Sandra, Michaela und Jasmin und als Gruppe nennen Sie sich Arabeske. Ja, und Arabeske ist ja normalerweise ein Motiv oder ein Muster für einen schönen Orientteppich. Diese Arabeske schmückt allerdings heute unsere Sendung. Und ein Schwerpunktthema unserer Sendung heute ist Luftumwelt, in diesem Fall sogar dicke Luft. Ja, und wie man aus dicker Luft ein Geschäft machen kann, nämlich Strom, darüber berichtet ein weiteres Thema dieser Sendung. Wir lassen ein Schiff vom Stapel laufen und der Max Insel, der serviert heute frischen Fisch. Ja, und wir wollen unsere Gäste heute jetzt nicht länger warten lassen. Bühne frei für Arabeske und ihr Titel heißt Once in a Blue Moon. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Bühne frei für Arabeske und ihr Titel. Bühne frei für Arabeske und ihr Titel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020